Hallihallo herzlich willkommen zur wunderschönen neuen aufnahme von fp von quatsch von warthonder ja ich bin jetzt mal eine kleine luftschlacht und ich probiere einfach mal aus mit freps ich wie gesagt freps schmiert immer so nach circa sieben minuten bricht die frame rate ein und ich weiß auch nicht warum und wieso und weshalb und ich mache jetzt gerade ursachenforschung ein bisschen wir hoffen mal einfach mal dass es klappt und ja ich wünsche euch viel spaß und wir sehen uns nächsten runde so ich habe nämlich schon mal versucht und so weiter jetzt habe ich auch einen geringeren ping ich hatte nämlich vorhin von ping von 60 jetzt habe ich einen ping von 47 immer noch besser als alles andere und ich habe mal so viel ab jeder kann nicht richtig schön rein kommen alles na ja und heute noch ab und erhalten mit weg zweimal ja da standen ja ich weiß auch nicht woran klickt und lag und wieso ich habe ja auch immer gesagt in der hd ist doch anscheinend auch nicht ganz gut ist auch wenn ich eigentlich mehr ssd immer besser sein sollte aber ich habe hier oben diese frieren muss doch mal v-sync an machen so Ich bin da mir dran, ja? Ja. Na ja. Gut, jetzt. Nein, nein, nein. Na ja. Dann eine PBJ, die macht dann auch ganz gut. Da ist ein Rutschmacher. 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 So, bei Erik. Ich bin nicht schädlich. Oder machen? Kann man noch machen? Okay. flugzeug ist ausgebrannt ist natürlich nicht gut gewesen aber immerhin besser da kommt wenn ich mal die falco die falco also wie gesagt den der eine bombe da bringt auch nicht viel und da verteidigung ja über rennen jetzt unter ganz einfach das wird auch so nicht das ist kein Problem das ist kein Problem also ich trappe etwas von der Bühne 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 Soooo Okay, good, 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 let's go to R, go, 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 go to R. Punkt A, greifen los. Schaffen wir, das schaffen wir, was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir alle zusammen. Hä, denke das? Ja, das ist besser als 6 Jahre dafür überwenden. Yeah, 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 ja, yeah. Jetzt haben wir es geschafft. Wir haben den Flughafen, wir haben den Flughafen. Alter, ist das ein Match? Kann gut sagen. Okay. ok 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 ich kann doch mal nennen ne da fremd sich freier ich weiß nicht ok gut 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 so mehr als perfekt also wie gesagt mit der mit dem schlieren wie gesagt da muss ich doch das ähm also so ja so oh das war das war haar scharf das war eine schwede das war so langsam am ende eigener platz fünf vier stahl ist krieger stotzkampf dadurch die reserve weg zack alles klappt und wir forschen jetzt die die neue abdeckung erforscht die neue abdeckung erforscht und ähm ja komm ich hätte schon gern die 500 kilo bomben neuer rumpf neuer kühler neue offensiv kompressor fertig so da haben wir es doch das ist doch hammer hat boah sieht echt gut aus das ist die falco das ist die falco ja das ist die falco die wird jetzt mal ein wunderschönes bild verpasst für diese folge und ich würde sagen ich bin dank für mich für zuschauen ich bin froh dass die frame zahlen nicht eingebrochen sind also weiß ich jetzt woran es liegt ich bedanke mich für zuschauen wenn es euch gefallen hat dann gebt den daumen nach oben und ich sage erstmal tschüss und auf wiedersehen bye bye